Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie ich als Lehrperson und Dozent die letzte Leistungskontrolle in den Grundlagen der Elektrotechnik 1, eine Online-Leistungskontrolle im Moodle, die mal am 18.01.2023 stattgefunden hat, also im Wintersemester 2022-2023, wie ich die lösen würde. Das heißt, ich habe mir hier mal im Browser diesen Test schon mal vorbereitet, den die Studierenden auch von zu Hause aus eben im Browser machen konnten. Ich habe mir hier Octave vorbereitet als Rechenprogramm, eben als schlauen Taschenrechner für die Zahlenrechnung. Und ich habe hier unten noch Windows Journal, falls ich mir ein paar Notizen machen muss und ein paar Formeln aufschreibe. Und ich klicke jetzt mal auf Versuch beginnen. Als Student, Studentin hätte man 90 Minuten Zeit, diesen Test zu lösen. Ich probiere das jetzt mal in 30 Minuten hinzubekommen und klicke mal auf Versuch beginnen. Ich gebe zu, so ganz super realistisch ist das natürlich nicht, weil ich habe mir diese Fragen auch mal selber ausgedacht. Das ist jetzt mittlerweile aber eben auch schon so ein halbes Jahr her, ein bisschen länger. Deshalb muss ich wahrscheinlich auch erst mal so ein bisschen gucken, was ich hier mache. Also die erste Aufgabe ist, was mit Maschenstromanalyse und mit der sollen hier Maschenströme IM1 bis IM3 für drei Maschen in dieser Schaltung hier berechnet werden, potenziell. Hier sind schon mal auch diese drei Maschen jeweils mit Umlauf sind eingezeichnet. Was man sieht, die Schaltung hat so eine sechseckige Symmetrie oder Form, ein bisschen wie eine Schneeflocke vielleicht, passend zum Wintersemester. So und dann steht hier da, dazu wird ein Gleichungssystem in Matrixform aufgestellt, das aus der Maschenwiderstandsmatrix und dem Spaltenvektor der unbekannten Maschenströme auf der linken Seite und auf der rechten Seite aus dem Spaltenvektor der Quellspannung besteht. Dann sind die ganzen Werte der Baurelemente gegeben und dann steht da, dass das als Matrizengleichung, formulierte Gleichungssystem so aussieht. Und jetzt ist die Frage, welchen Wert hat der Eintrag U21 des Spaltenvektors der Quellspannung, dieser Eintrag hier? Und in dem Spaltenvektor der Quellspannung, da stehen jeweils die Summe der Quellspannung in der jeweiligen Masche multipliziert mit dem Umlaufsinn. Und jetzt können wir schauen, in der zweiten Masche taucht nur die Quelle UQ2 auf. Die hat auch den gleichen Umlaufsinn wie die Masche, zeigen nämlich in die gleiche Richtung. Das heißt, das würde da eigentlich erstmal positiv stehen und dann holt man das auf die andere Seite des Gleichungssystems. Deswegen kommt ja der negative Umlaufsinn raus. Also brauchen wir jetzt eigentlich nur diesen Wert hier, UQ2 und geben den hier rein und der muss noch dieses negative Vorzeichen kriegen. Und ich klicke mal auf Prüfen und das war auf jeden Fall richtig. Minus 4,7. Okay, nächste Seite. Gleiche Frage, Typ, wie noch Maschenstromanalyse, gleiche Werte der Baurelemente. Jetzt ist gefragt, welchen Wert hat der Eintrag U1,1 des Spaltenvektors der Quellspannung? Jetzt können wir gucken, in der ersten Masche tauchen zwei Spannungsquellen auf, UQ1 und UQ3. Und naja, obwohl ich jetzt nur so ein bisschen Minus rechnen muss, oder Plus oder Minus, nein, die zeigen ja in unterschiedliche Richtungen. Also Minus, mache ich mir, jetzt schreibe ich mir so ein kleines Skript, das ist jetzt natürlich eigentlich mit Kanonen auf Schwarzen schießen. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Wert von UQ1. Das sind 4,5. Hier muss ich natürlich einen Dezimalpunkt schreiben. Und wir brauchen UQ3, das sind 5,1 Volt. So, und jetzt kann ich dieses U1,1 ausrechnen aus der Summe der Spannungsquellen in dieser Masche hier, multipliziert mit dem negativen Umlaufsinn. UQ3 zeigt in die gleiche Richtung, also muss da ein Minus UQ3 stehen. Und U1 zeigt in die gleiche Richtung, also muss da ein Plus. Quatsch, UQ1 zeigt in die gegengesetzte Richtung. Das zeigt nach unten, der Pfeil zeigt nach oben. Deswegen muss ja ein Plus stehen. So, dann klicke ich mal auf Ausführen, da muss ich das noch speichern, das nehme ich mal Maschenstromanalyse, gehe ins Befehlsfenster rein. Dann sind das Minus 0,6 Volt. Dann können wir nochmal kurz gucken. Also das Minus das, na klar, das sind Minus 0,6. Hier muss ich noch ein Komma wieder draus machen, klicke auf Prüfen. Und dann stimmt das, das ist die richtige Antwort. Okay, nächste Frage. Wir haben einen Stromteiler aus zwei parallel geschalteten Widerständen. die gegeben sind und durch den Widerstand R1 fließt ein Strom von so und so viel. Wie groß ist der Gesamtstrom, der durch den Stromteiler fließt? Dafür mache ich mir mal ein neues Skript auf und mache auch hier mal ein Clear All. R1 sind 4,9 Ohm, R2 sind 7,1 Ohm und I1 sind 545 Milliampere. Für das Milli schreibe ich 10 hoch minus 3. So, was ich jetzt machen würde, ich würde einfach U ausrechnen. Die Spannung, die muss ja in der Parallelschaltung über beiden Widerständen gleich sein. Das kriege ich einfach raus aus R1 mal I1. Dann haben wir die Spannung. Dann kann ich aus der Spannung den Strom durch den zweiten Widerstand ausrechnen. Das wäre einfach U durch R2 ergibt I2. Und dann kann ich I gesamt ausrechnen. Das wäre I1 plus I2. Und dann müssen wir noch aufpassen, dass das jetzt in Milliampere angegeben werden soll und nicht in Ampere. Speichere ich das mal als Stromteiler. Gehe ins Befehlsfenster. Da ist mein Strom. Und dann wären hier hinten das. Das wären jetzt Milliampere, wenn ich das Komma da hinschiebe. Und das erscheint ja auch ein bisschen logisch, dass wenn durch den einen Widerstand hier irgendwie knapp ein halbes Ampere fließt und jetzt habe ich nochmal so einen ähnlichen Widerstand mit der gleichen Spannung, dass da eben nochmal ungefähr genauso viel Strom dazu kommt. Okay, das passt auch. Das ist richtig. Dann kann ich zur nächsten Seite gehen. Und hier ist eine Aufgabe mit einem zunächst leerer Kondensator wird mit einem Strom aufgeladen, der linear innerhalb einer bestimmten Zeit auf einen bestimmten Wert ansteigt und von dem Kondensator ist auch eine Kapazität gegeben. Jetzt ist die Frage, nach welcher Zeit beträgt der Strom 2 Milliampere? Dafür mache ich mal ein neues Skript auf und schreibe mal irgendwie diese Werte hier hin. Erstmal wieder ein Clear All. und dann ist es vielleicht schlau zu sagen, okay, die Zeit, die wir hier haben, sind 5,7 Sekunden und der Strom I, den man da hat, sind 8,4 Milliampere. Das schreibe ich jetzt vielleicht auch erstmal wieder so in Grundeinheiten. Da muss man im Zweifel nicht so viel nachdenken. Und die Kapazität von dem Kondensator brauche ich jetzt noch nicht, kann ich aber mal hinschreiben. Das sind 64 Mikrofarad und Mikro sind 10 hoch minus 6. So, und was ich jetzt machen würde, ist, ich würde aus der Zeit und dem Strom mal so etwas wie einen Anstieg ausrechnen. Also, das hier wird ein Anstieg in Ampere pro Sekunde, ja, Strom durch Zeit. So, und jetzt will ich ja wissen, nach welcher Zeit t habe ich diese 2 Milliampere. und dafür kann ich jetzt den Anstieg natürlich nehmen und den einfach, nein, also den, andersrum, ich brauche die 2 Milliampere, 2, 10 hoch minus 3 und teile den durch diesen Anstieg. Ja, und dann sollte eine Zeit rauskommen, die irgendwie kleiner ist als diese 5,7 Sekunden. Irgendwie so etwas wie so ein bisschen weniger als ein Viertel davon. Also 1,4, 1,5 Sekunden. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und jetzt kann man sich überlegen, dass das hier passt, wenn ich Strom durch Strom pro Sekunde teile, kommen da Sekunden raus. und das sollte so klappen. Das nenne ich mal irgendwie einfach Strom und gucke mal ins Befehlsfenster rein und dann sind das, ja, wie ich sage, 1, knapp 1,4 Sekunden, 1,3 irgendwas. Und das soll auch in Sekunden angegeben werden. Ich klicke mal auf Prüfen und das stimmt. Okay, weil das einfach Proportionalität ist. Einfach ein Dreisatz. Okay, dann haben wir wieder den Stromteiler. Jetzt ist der Strom durch Strom I2 gesucht, durch den Widerstand. Da kann ich mal den Stromteiler suchen. Den hatten wir hier. Klicke nochmal auf Run und suche mir den Strom I2 raus. Und der sollte jetzt noch in Milliampere angegeben werden. Da kann ich das mal 1000 rechnen. Kopiere das einfach rüber. Klicke auf Prüfen. Okay, das ist richtig. Und das waren auch ein bisschen weniger als diese 500 hier. Okay, dann ist da eine Frage drin. An die kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil die habe ich extra an diesen Test eingebaut, weil das ja mal so eine Freitext-Aufgabe ist, die sich eventuell anbietet, sie mit ChatGPT zu lösen und zu bearbeiten. Und ich wollte einfach mal gucken, ob und wie das so funktioniert oder vielleicht auch nicht. Also hier steht so ein erklärender Satz, die Knotenspannungsanalyse ist ein Netzwerkberechnungsverfahren, wo man wie bei vielen Netzwerkberechnungsverfahren das Verhalten der Schaltung durch ein Gleichungssystem beschreibt. Und dieses Gleichungssystem kann man natürlich in Matrixform aufschreiben. So, und da taucht dann eine Knotenleitwertmatrix drin auf, die man mit dem Spaltenvektor der unbekannten Knotenspannung multipliziert, die man mal ausrechnen möchte. Das steht auf der linken Seite des Gleichungssystems und auf der rechten Seite steht der Spaltenvektor der Stromquellen. So, und jetzt wird jedem Widerstand in der Schaltung oder jedem Widerstand in der Schaltung werden dabei verschiedene Einträge in Form eines Leitwerts in der Knotenleitwertmatrix zugeordnet. So, und die Frage ist jetzt, wie oft kann ein zu einem Widerstand zugehöriger Leitwert maximal auf der Hauptdiagonale der Knotenleitwertmatrix auftauchen? Wenn man begründe und antworte in Satzform. So, und da würde ich jetzt hinschreiben, ein Widerstand kann maximal zweimal auf der Hauptdiagonale der Knotenleitwertmatrix auftauchen, weil ein Widerstand nur zwei Anschlüsse hat und mit maximal zwei Knoten verbunden sein kann. Auf der Hauptdiagonale steht ja immer die Summe der Widerstände oder die Summe der Leitwerte der Widerstände, die an einem Knoten angeschlossen sind und ein Widerstand hat nur zwei Anschlüsse. Also kann er nur an zwei Knoten angeschlossen sein. Deshalb kann er da nur maximal zweimal auftauchen. So, da steht jetzt nicht da, ob das richtig oder falsch ist. Das ist einfach grau, weil das jetzt noch natürlich jemand kontrollieren müsste. Aber ich sage jetzt mal so, dass das stimmt. Okay, dann haben wir wieder diese Frage. Die sind ja einfach in randomisierter Reihenfolge zur Maschenstromanalyse. Und jetzt ist gefragt, welchen Wert hat der Eintrag R1, 2, dieser hier in der Maschenwiderstandsmatrix. Das soll man in Ohm angeben. So, und das wäre ja hier eine Nebendiagonale. Auf den Nebendiagonalen stehen immer die Koppelwiderstände zwischen zwei Maschen, in dem Fall zwischen der Masche 1 und der Masche 2. Und da ist der Koppelwiderstand der Widerstand R5. Und der muss jetzt noch multipliziert werden mit dem Umlaufsinn. Die Masche 1 zeigt nach unten, die Masche 2 zeigt nach oben. Das heißt, die laufen sich entgegen. Das heißt, wir müssen diesen Widerstand R5 nehmen und da jetzt wegen dieses entgegengesetzten Umlaufsinnens noch ein Minus davor schreiben. Und das sollte es sein. Ich klicke auf Prüfen und das ist es auch. Okay, nächste Frage. Die Frage 8 an einem Stromteiler. Den hatten wir jetzt ja auch schon mal. Den kann ich hier wieder vorsuchen im Editor. Wie groß ist der Gesamtwiderstand? Den kann ich jetzt natürlich auch relativ schnell ausrechnen. Aus R Gesamt ist U durch I Gesamt. R ist U durch I, einfach das Ohmschill gesetzt. Den Gesamtstrom haben wir ja schon mal ausgerechnet. Das soll in Ohm angegeben werden. Und das sind dann hier 2,98 irgendwas. 8, 9 irgendwas. Und das erscheint auch plausibel, wenn wir hier 4 Ohm haben und 7 Ohm haben, daraus die Parallelschaltung, dass das dann ein bisschen weniger als 3 sind. So, ich klicke mal auf Prüfen. Das stimmt. 2,9 Ohm wird hier als Musterlösung angezeigt. Okay, dann haben wir wieder diese Maschenstromanalyseaufgabe. Jetzt ist nach dem Eintrag R1,1 gefragt. Nach diesem Eintrag hier. Und auf der Hauptdiagonale der Maschenwiderstandsmatrix steht ja die Summe der Widerstände in der jeweiligen Masche. In der ersten Masche sind die Widerstände A1 und R5. Die muss ich jetzt einfach nur zusammenrechnen. Das würde ich jetzt auch im Kopf hinbekommen. Ich schreibe das mal zur Sicherheit oder gleich generell mal hier hin. R1 sind 3,5 und R5 sind 1,5 Ohm. 3,5 von hier und 1,5 von hier. Und die muss ich jetzt einfach nur zusammenrechnen. Also R1,1 ist das plus das. Und damit klicke ich auf Run. Dann sollte R1,1 stehen. Das sind 5. Klar, kann man auch ausrechnen sofort. Das sind 5. Klicke auf Prüfen. Das passt. Nächste Seite. Wir sind wieder bei der Maschenstrom. Analyseaufgabe. Und jetzt ist gefragt der Widerstand R2,3. Oder das ist ja kein richtiger Widerstand. Das ist Element R2,3 in dieser Maschenwiderstandsmatrix. Und das ist wieder eine Nebendiagonale. Das ist der Koppelwiderstand zwischen den Maschen 2 und 3. Das ist der Widerstand R6. Und der muss jetzt auch wieder multipliziert werden mit dem Umlaufsinn. Von der Masche 2 zeigt das nach links. Von der Masche 3 zeigt das nach rechts. Das heißt, das läuft sich entgegen. Wir brauchen den Wert des Widerstandes. R6 müssen wir hier runter kopieren. Ein Minus davor schreiben wegen des entgegensetzten Umlaufsinn. Und das sollte es sein. Und das stimmt auch. Minus 4,7 Ohm. Okay, nächste Frage. Neuer Fragentyp. Eine Spule wird mit einem Strom aufgeladen. Das hatten wir ja so ähnlich schon mal. Bloß mit dem Kondensator. Also der steigt auch innerhalb von so und so auf so und so viel an. Und eine Induktivität ist gegeben. Und der Wicklungswiderstand soll vernachlässigbar sein. Also die Spule ist im Prinzip eine reine Induktivität. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist die in der Spule induzierte positive. Also da wollen wir uns nicht über das Vorzeichen streiten. Spannung. U von 2 Millisekunden nach einer Zeit von 2 Millisekunden. Und die soll in Volt angegeben werden. So, dafür mache ich mal hier ein neues Skript auf. Schreibe mal wieder ein Clear All hin. Und übernehme mal erstmal die Werte. Also die Zeit sollen 7 Millisekunden sein. Millis sind 10 hoch minus 3. Der Strom soll 5,8 Ampere sein. Und die Induktivität L ist 97 Millis. Millis sind auch 10 hoch minus 3. So, und jetzt gilt ja, das kann ich ja jetzt gleich mal hier unten hinschreiben, U ist L mal Di von T nach DT. Ja, und wenn der Strom sich irgendwie linear ändert, dann kann man natürlich auch sagen, Delta I durch Delta T, genau wie jetzt in dem Beispiel. Also genau das kann ich jetzt rechnen. Und die Spannung, ja, ist dann im Prinzip konstant. Aber das ist dann eben die nach 2 Millisekunden. Also L mal I durch T. Ja, das ist ja hier das Delta I und das Delta T. So, klicke ich auf Ausführen, nenne das mal Spule. Und dann kommen da 80,371 Volt raus. Noch mal kurz über die Einheiten nachdenken. Aber das ist ja alles hier in Grundeinheiten eingegeben, also sollte das so klappen. Und das ist auch richtig, 80,37 Volt. Okay, nächste Frage. Ah, wieder die zweite Freitextfrage. Der erklärende Satz ist der gleiche, aber die Frage ist eine andere. Wie oft kann ein zu einem Widerstandszügerer Leitwert insgesamt auf der Hauptdiagonale und den Nebendiagonalen der Knotenleitwertmatrix stehen? Man antworte und begründe in Satzform. So, und da würde ich jetzt hinschreiben, ein Widerstand kann maximal viermal auf der, das kopiere ich jetzt, Hauptdiagonale und den Nebendiagonalen der Knotenleitwertmatrix stehen, weil ein, äh, gleiche Begründung wie vorhin, Widerstand zwei Anschlüsse hat und maximal zwei Knoten miteinander verbinden kann. Auf der Hauptdiagonale steht der Widerstand dann zweimal als Anschlussleitwert an dem jeweiligen Knoten. Auf den Nebendiagonalen steht der Widerstand dann auch zweimal als Koppelleitwert zwischen diesen beiden Knoten. Also maximal viermal, wenn der Widerstand nicht am Bezugsknoten angeschlossen ist, kann ja zweimal auf den Hauptdiagonalen, zweimal auf den Nebendiagonalen auftauchen. Okay, nächste Seite, das wird jetzt wieder nicht als richtig angezeigt, weil das ein Mensch prüfen müsste, aber das ist, äh, die richtige Antwort oder wäre eine richtige Antwort. Okay, jetzt haben wir wieder die Frage mit dem Kondensator. Da suche ich mal hier das Skript raus, das ist dieses hier. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist der Strom I, zwei Sekunden nach einer Zeit von zwei Sekunden. Ja, also das Gleiche ein bisschen umgedreht. Wir suchen den Strom I von zwei Sekunden und er ergibt sich natürlich einfach aus diesem Anstieg mal der Zeit, mal zwei Sekunden. Kann man sich überlegen, dass das von den Einheiten passt. Die zwei hat Sekunden, kürze ich mit den Sekunden hier weg. Es bleiben Ampere über. Es sind Milliampere gesucht, das heißt, das müssen wir gleich noch umrechnen. Ähm, und dann brauche ich hier diesen Strom, rechne den mal 1000, um das umzurechnen, sind das 2,94 Milliampere. Kann man sich kurz überlegen, wenn nach sechs Sekunden der Strom irgendwie 8 Milliampere sind, dann könnte nach zwei Sekunden ja eben sowas wie knapp 3 Milliampere sein. Das erscheint nicht unlogisch, ist auch richtig, steckt auch wieder einfach ein Dreisatz oder eine Proportionalität dahinter. Okay, nächste Seite. Es geht um eine Sternenschaltung. Ähm, wie groß ist der Widerstand und so weiter. So, und das, was man jetzt hier mal schön machen kann, ist, ähm, wir können jetzt mal hier nach Sternendreieck Transformation suchen in der Wikipedia. Ähm, damit wir jetzt gleich mal dazu die passenden Formeln haben. und ich mache mal hier ein neues Skript auf, starte das mal wieder mit einem Clear All und übernehme mal die Werte der Widerstände. RA0 sollen 8,5 Ohm sein, RB0 sollen 8 Ohm sein und RC0 sollen 4,4 Ohm sein. Und jetzt ist gefragt nach dem Widerstand RAB, der soll in Ohm gegeben werden. Also wir wollen jetzt den Sternen transformieren in ein Dreieck. So, und jetzt brauchen wir hier mal die richtigen Transformationsregeln. Ähm, und da wäre das, ne, die Sternendreieck-Transformation hier. Das ist unsere richtige Formel, die wir brauchen. RAB, die hier unten, also wäre RA0, heißt der in meinem, mal RB0. So, plus, naja, letztendlich ist das immer, das, das gleiche, der gleiche Terme, der da oben steht. RB0 mal RC0 plus RA0 mal RC0. So, und das Ganze geteilt durch den Widerstand, der nicht an diesen beiden Knoten angeschlossen ist, den Widerstand RC0. Ja, also A mal B, B mal C, C mal A oder A mal C geteilt durch RC0. Das sollte das eigentlich sein. Vielleicht noch mal kurz zur Probe, ob die Werte stimmen. 8,58 und 4,4 sollte eigentlich so passen, nenne ich das mal Sternendreieck, aber mit einem Unterstrich, damit Oktav nicht meckert. Geht ins Befehlsfenster, dann sind RAB 31,955 Ohm. Ich muss den Punkt in ein Dezimalkomma ändern und das passt, das ist die richtige Formel dafür. Okay, nächste Seite, ein zunächst leerer Kondensator, okay, das ist noch schon mal, das ist diese Aufgabe hier. So, und jetzt ist die Frage, wie groß ist die Ladung nach einer Zeit von zwei Sekunden? Und da muss man jetzt, glaube ich, noch mal ganz kurz sich hier irgendwie eine Formel hinschreiben und sich überlegen, okay, die Ladung Q von T kriege ich doch raus, indem ich von 0 bis T integriere und zwar über den Strom von, ja, auch der Zeit, die nenne ich jetzt noch mal T', weil das T hier oben, das gleiche T ist wie hier vorne, aber das T', das gleiche T ist, über das ich integriere, aber die nicht dann jeweils die gleichen sind und ich brauche dazu die Ladung zum Zeitpunkt 0. Und die Ladung zum Zeitpunkt 0, hier steht ja, der Kondensator soll zunächst leer sein, die ist im Prinzip 0, die kann ich gleich wieder ökstreichen. Und I von T, weiß ich, das ist, ja, da steckt dieses M drin, also kann ich hier so ein bisschen schreiben, das wäre jetzt das Integral von 0 bis T über M, diesen Anstieg, Stromanstieg, den wir da oben ausgerechnet haben, mal T', DT'. So, und wenn man das T' nach, oder T' nach T' integriert, kommt da T' halbe raus und dann müssen wir noch die Grenzen einsetzen, das M können wir da vorschreiben, obere Grenze eingesetzt macht dann eben T² halbe, die untere Grenze eingesetzt macht einfach 0. So, also kommt da raus M mal T² halbe und das ist die Formel für das Q. Und das heißt, damit können wir jetzt auch das Q von 2 Sekunden ausrechnen. Das Q nach dieser Zeit, Q von 2 Sekunden, so nenne ich das mal, wäre eben M, das oben schon ausgerechnete M, mal 2 Sekunden zum Quadrat durch 2, durch die 2 hier unten. Und das soll in Millicoulomb rauskommen. Das kommt jetzt hier erstmal in Coulomb raus. Ich rechne das mal aus. Und da steht schon 10 hoch minus 3 hinter, das heißt, ich kann einfach diesen Wert hier kopieren und hier einfügen und auf Prüfen klicken und das sollte passen. 2,95 knapp 3 Millicoulomb für diesen aufgeladenen Kondensator. So, wir sind ungefähr bei der Hälfte. Ich glaube, ich bin aber schon länger als, oh ja, die 30 Minuten sind schon fast rum. Na, mal gucken. Also es wären wahrscheinlich eher 40 Minuten. An einem Stromteiler. Die Gesamtleistung ist gesucht. Den Stromteiler habe ich hier. Wird in beiden Widerständen umgesetzt. Die kriege ich natürlich einfach raus, indem ich U mal I gesamt rechne und mir das ausgeben lasse. Die soll auch in Watt rauskommen. Dann sind das diese 2,4 irgendwas Watt. Klicke ich auf Prüfen. Okay, das passt. Nächste Frage. Ja, sind wir da bei der Maschenstromanalyse und es ist gefragt, welchen Eintrag hat hier dieser, das U31? Das ist die Summe der Spannungsquellen in der dritten Masche. Multipliziert mit dem negativen Umlaufsinn. Hier haben wir nur UQ3. Das zeigt nach links. Der Maschenfall zeigt nach rechts. Also ist das schon negativ. Umgedreht wäre es wieder positiv. Ich muss einfach nur diese hier nehmen, reintun, auf Prüfen klicken und das ist richtig. Okay, nächste Frage. Wir sind wieder bei der Maschenstromanalyse. Also R33, das ist dieser Eintrag hier. Das ist die Summe der Widerstände in der dritten Masche. Da gehe ich mal wieder in das Skript rein. Also in der dritten Masche wäre das R33 ergibt sich aus R3 plus R4 plus R6. Und R3 müssen wir mal von hier kopieren, sind 7,8 Ohm. R4 sind 9,6 Ohm und R6 sind 4,7 Ohm. So, die drei zusammen, das könnte man jetzt auch noch im Kopf rechnen, müssten irgendwie so 25 oder sowas rauskommen. Das lasse ich jetzt einfach mit dem Skript hier rechnen. Gucke nochmal kurz auf die Werte. Das sollte aber so stimmen. Und dann kommen da 22,1 Ohm raus. Da klicke ich mal hier auf Prüfen mit Punkt in Komma geändert. Und das passt auch. Das ist der richtige Wert. Okay, dann haben wir wieder die Aufgabe mit der Spule. Wie groß ist die Energie, ist jetzt gefragt. Ich suche mal das Spulen-Dings hier raus. So, und die Energie in einer Spule, E L ist 1,5 L mal I Quadrat. So, das heißt, wir bräuchten erst mal den Strom. Also wenn ich die Energie nach 2 Millisekunden ausrechnen will, brauche ich 1,5 mal L mal I von 2 Millisekunden und den noch zum Quadrat. Das heißt, wir brauchen erst mal den Strom nach 2 Millisekunden. Und dafür kann ich erst mal wieder einen Stromanstieg ausrechnen. Das wäre einfach I durch T. Strom und Zeit hier oben. Und dann kriege ich auch den Strom nach 2 Millisekunden raus. Das wäre einfach der Anstieg und dann mal 2 Millisekunden mal 2 E hoch minus 3. So, und damit sollte eigentlich hier die Energie rauskommen. Die soll dann in Millijoule angegeben werden. Also nehme ich den Wert, verrücke das Komma um 3 Stellen, 133 Millijoule. Könnte so von der Größenordnung passen. Passt auch. Okay, nächste Seite. Wir haben wieder den Kondensator. Der ist hier. Auch hier ist die Energie gefragt. Quadrat nach 2 Sekunden ist so eine ähnliche Formel 1,5 mal C mal U von 2 Sekunden zum Quadrat. Gleiche Formel wie hier unten, bloß dass da ein C steht und ein U, so wie das Dualitätsprinzip das einem sagt, das man aber vielleicht erst im zweiten Semester kennenlernt. So, jetzt brauchen wir eben noch die Spannung nach 2 Sekunden. Da können wir jetzt so nutzen, dass C ist Q durch U. Die Ladung haben wir ja zum Glück schon. Die Kapazität haben wir auch. Können wir das nach der Spannung umstellen. Und sagen U von 2 Sekunden ist Q von 2 Sekunden durch C. Und das hier unten einsetzen. Dann bekommen wir die Energie raus. Auch hier soll die Energie in Millijoule gegeben werden. Da kann ich auch den Wert hinnehmen und hier das Komma einsetzen an der Stelle 67 Millijoule. Das passt. Okay, dann sind wir wieder bei der Stromteileraufgabe. Jetzt geht es natürlich ein bisschen schneller, weil man hier so gewisse Werte schon hat. Jetzt ist die Spannung gesucht. Die haben wir zwischendurch schon mal ausgerechnet. 2,67 Volt. Und das passt. So, dann sind wir wieder bei der Kondensatoraufgabe. Nach welcher Zeit T beträgt die Ladung 2 Millikoulomb? So, jetzt brauchen wir letztendlich diese Formel hier unten und müssen diese Formel nach der Zeit umstellen. Also T von 2 Millikoulomb. So, das heißt, wir brauchen erstmal die 2 Millikoulomb auf der anderen Seite. Millis sind 10 hoch minus 3. Dann müssen wir die mal, mal diese 2 hier rechnen und durch das M teilen. Mal 2 durch M. Und dann davon die Wurzel ziehen. Und dann schlussendlich um das Quadrat, um das T hier untenrum wegzukommen. Und dann kann man sich noch irgendwie kurz überlegen, ob das von den Einheiten her passt. Wir setzen hier Coulomb ein. Teilen die durch das Ampere und nochmal durch Sekunde. Das heißt, hier kommt dann was in Sekunden Quadrat raus und davon die Wurzel macht tatsächlich Sekunden. Und das wollen wir auch in Sekunden haben. 1,64 Sekunden. Das kann auch stimmen von der Größenordnung her. Und das stimmt auch. Okay, nächste Seite. Wir sind wieder bei der Maschenstromanalyseaufgabe. Und jetzt ist gefragt, der Widerstand oder der Eintrag R22 in der Matrix. Wir brauchen die Summe der Widerstände in der zweiten Masche. Jetzt habe ich ja hier schon fast alle Widerstände hingeschrieben. Das R2 ergänze ich mal noch. Und den Widerstand R5, den wir jetzt auch brauchen. Das sind 1,5 Ohm. So, und dann kann man schauen. In der zweiten Masche taucht der Widerstand R2, R5 und R6 auf. Also R22 ergibt sich aus R2, R5 und R6. Und das lasse ich einfach durchlaufen. Kopiere diesen Wert in der Hoffnung, dass er schon stimmen wird. Und ich mich jetzt nur irgendwo vertippt habe. Und klick mal auf Prüfen. Und das passt. Okay, dann sind wir wieder bei der Sternschaltungsaufgabe. Bei Stern Dreieck haben wir jetzt eigentlich auch verstanden, wie diese Formel funktioniert. Ich gucke gleich nochmal an die Wikipedia-Quelle. Also wenn wir jetzt RBC haben wollen, das hier unten, dann ist das genau der gleiche Zähler in diesem Bruch, nur ein anderer Nenner. Also wenn wir RBC haben wollen, müssen wir am Ende durch RA0 teilen. Genau den Knoten, der hier nicht drin steckt. Da mache ich das mal. Und dann ist RBC 16,51 Ohm. Klicke auf Prüfen. Das stimmt. So, die nächste Seite. Wir nähern uns langsam am Ende. Eine Spule wird aufgeladen. Ich suche das Skript von der Spule raus. Das ist dieses hier. Und jetzt ist gefragt nach dem mit der Induktivität verketteten magnetischen Fluss in Voltsekunden. So, und wie kriegt man jetzt diesen Fluss raus? Naja, so ähnlich wie das schon hier unten steht. L, die Induktivität ist ja der Fluss geteilt durch den Strom, der diesen Fluss erzeugt. Und das heißt, wenn ich jetzt den Fluss haben will, muss ich einfach L mal I rechnen. Also Phi nach 2 Millisekunden ergibt sich aus L mal I von 2 Millisekunden. So, und das soll in Voltsekunden rauskommen. Da das hier alles Grundeinerhältn sind, müsste das funktionieren. Dann sind das 0,1607 eben nach dieser Zeit. Und ich klicke auf Prüfen und das stimmt. Okay. Dann sind wir wieder bei der Kondensatoraufgabe. Das war diese hier. Auf welche Spannung ist der Kondensator? Diese Spannung haben wir glücklicherweise schon mal zwischendurch ausgerechnet. Die Spannung von 2 Sekunden, das waren 46, irgendwas Volt. Und das soll auch in Volt angegeben werden. Das passt. Dann sind wir noch mal bei der Maschenstromanalyse. Jetzt geht es um den Wert R1,3 in der Maschenwiderstandsmatrix. Also den Koppelwiderstand zwischen der ersten und der dritten Masche. Und da können wir scharf drauf schauen und stellen fest, da ist gar keiner. Weil da ist ja nur diese Quelle. Naja, und das heißt, der ist einfach 0. So, das stimmt auch. Vorvorletzte Frage. Der Widerstand RAC in dieser Sterndreiektransformation. Ähm, kopiere ich mal hier. R, A, C. Da muss das B hier weg. Und da hinten ein B dafür hin. Äh, nochmal kurzer Check. R, A, C. Gleicher Zähler. B als Nenner. Ich klicke auf Ausführen. Und dann kommt für R, A, C aus 17,575 Ohm. Das ist ja auch gefragt. In Ohm. Klicke auf Prüfen. Und das stimmt. Vorletzte Frage. An einem Stromteiler. Da muss ich mal die Stromteileraufgabe wieder raussuchen. Ist jetzt die Leistung P2 gesucht, die nur in dem Widerstand R2 des Stromteils umgesetzt wird. Da kann ich natürlich sagen, das ist einfach U mal I2. Die Spannung über den beiden Widerständen, aber nur der Strom, der durch den einen Widerstand fließt. Und führe das aus. Das sollte in Watt sein. Das ist auch in Watt gesucht. Aus dem Punkt wird ein Komma. Und das stimmt. Und die letzte Frage ist dann bestimmt die Leistung P1. Also genau das Gleiche nochmal. Bloß, dass hier eine 1 steht. Und dass hier eine 1 steht. Und da sollte jetzt so etwas ähnliches rauskommen. Ein bisschen größer, weil durch den ersten Widerstand, weil er kleiner ist, mehr Strom fließt. 1,4 Watt. Oder 1,45 Watt. Und das stimmt auch. So, und damit klicke ich auf Versuch abschließen. Habe von den 30 Fragen, 30 richtig. Die sind jetzt hier nicht bewertet, weil das ja diese Freitextfragen sind. Die aber auch richtig wären. Und das zeigt, dass man das jetzt, naja, in ein bisschen mehr als einer halben Stunde mit ein bisschen Erklärung dazu eigentlich schon ganz gut schafft, diese Aufgabe zu lösen. Was auf jeden Fall extrem hilfreich ist, ist, sich die Zwischenergebnisse entweder mit einem guten Taschenrechner oder eben mit so etwas wie einem Brechenprogramm wie Matlab oder Octave abzuspeichern. Und sich vielleicht nebenbei, so bei der einen oder anderen Formel nochmal ein paar Notizen zu machen zur Herleitung oder zum Umstellen. Und das ist das, was wir sehen.